It's like gold dust, to hear me coming through your face It's like gold dust, to hear me coming through your face It's in your machine like a L.A. I know you can't get it up on my sound Was los hier Mr. Zion hier am Start mit einer Runde Slender Dabei sind noch... Weezel Und Tomas Faisings das wird jetzt mal richtig erheitert welcher muss ich aussuchen hauntet oder das erste das erste noch das erste ja ja da kommen wir nicht beide maps werden wir schaffen ja hier wohlgemerkt wir die ich habe keine ahnung was ich hier überhaupt noch eine fps von 100 150 jetzt also von daher ganz cool okay 100 100 also damit bin ich eigentlich so auf f geht die taschenlampe an und wer ist wo keine ahnung ich bin ich reine mal ein bisschen weiter weg von der gruppe stehst du an einem baum ich stehe an keinem baum ich stehe am zaun am zaun stehe ich ja okay ich komme mit zum zaun ich gehe auch in den zaun hier siehst du mich ich mach die taschenlampe gerade an und aus an und aus ja das kommt ja fast keine taschenlampe warum geht das denn auf f auf f oder soll ich die taschenlampe anlassen oder soll ich sie ausmachen lass doch an alter hier ist gar kein unterschied ob an oder und so jemand wurde geschnappt oder jemand wurde geschnappt ich mach gleich das nicht an nicht so viel leicht angst ganz leicht geht nicht so schnell warte wund jemand wurde geschnappt jemand wurde geschnappt die kann man rennen auf groß schreiben ja dann rennen doch nein nein wir haben dann keine ausdauer mehr wenn die hinterangst ist da rein oder einfach mal die seiten drüber laufen so so jetzt haben wir eine er braucht 19 seiten wird mich eraschen kommen wir gleich zusammen kommen wir neben den ausgang weil wir bleiben hier ich sehe ich ja den eingang auf die sache ich weiß nicht alleine lass mich nicht alleine oh shit oh shit warum kann ich so panische angst frage ich mich auch gerade das ist nur ein spiel also du läufst und alter du tanzt hier alter was hier auf michael jackson beat it beat it oh da ist ne seite wartet auf mir warte wenn ich mich recht erinnert hat es ab der dritten äh die blink ability seite wow wow da ist auch shit umdrehen nicht gucken laufen 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 kann man bitte einer vorlaufen ah ok vorseite die kann uns slowen ne wie ihr eben gerade gemerkt hat es ist kein lag die slowt uns damit sie eigentlich nicht weggelaufen können die ist weg ich habe warum bist du eigentlich schwarz muss ich immer ausländer sein ja muss ich immer wieder weißt du doch griff gleich zu sein ist nicht mal deutscher sein nein warum denn das ist eine beleidigung für meine nation die die rennen vor los was hat es noch eine holte warte egal ist es macht ein unterschied wer die seiten aufhebt nein nein es macht keinen wir sind ein team gut gut weiter 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 es ist ein neger hinterher der neger kann sich zu schnell ran ein davon könnte alles ist nicht sie hat mich irgendwie nein hatte ich sind aus ist keiner wie viel zu mir leute leute wo seid ihr da ist eine seite drin folgt mir follow me du weißt schon dass wir nicht nur rauskommen wenn wir da drin wer ist das auf der anderen seite geh weg von dem ich bin tot ich bin so gut wie tot Lass den da hinten kommt sie wieder oh Gott sie hat mich fast sie hat mich fast gehaftet ich renne hinter dir her du Affe das ist dir bewusst oder ich follow you weil hinter mir rennt die her nein das war ich Schütze ist vor uns, ist vor uns die müssen sind wie die letzten die es erreicht sind ok nein Formation Wolken Formation nein nein ich bin da, sie hat mich es hat mich so hat mich jetzt rennt der Neger wieder hinterher der Neger läuft alleine weiter ok du hast was gefunden ja ich weiß nur noch 10 Stück ja sie ist weg sie ist weg ja sie ist hinter mir nein nein sie portet sich an und hier rum ey ist sie nur bei uns es ist keine Ahnung mehr drin die sind alle tot ich kann nicht mehr laufen shit ich auch nötig, ich baue meine Kraft gerade ja am Anfang noch live eine andere Frage warum habe ich eigentlich keine Tassenlampe wenn du F drücken würdest du ich drücke F und da passiert gar nichts bei mir geht's an und aus oh shit dann ist meine Licht fast aus nein ich hatte noch nie ne verfickte Tassenlampe warum bin ich der Idiot ohne Tassenlampe warum ist meine jetzt ausgegangen dann habt ihr keine Energie mehr drin dahinten kommt sie, dahinten kommt sie, dahinten kommt sie dahinten kommt sie, dahinten kommt sie verpisst euch, verpisst euch ja lauft auf sie zu oh shit oh er hegt mich am Arsch oh alter mich hat ein Wolf angesprungen so n Leute lasst mich hier nicht hängen hab ne Seite hab ne Seite oh shit oh shit oh shit oh shit bin ich so stark oh shit ich bin jetzt auf ne Seite los hol 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 du bist der Neger du bist der Neger oh da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie da kommt sie, da kommt sie oh bla 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 bis hinter mir oh shit nein das bin ich oh shit oh shit ich renne den Neger einfach nur hinter mir alter wenn das hier fett ist ich kann grad noch mal duschen gehen oh shit Leute wenn ihr so lange durchgehaltet haltet Respekt, das machen wir noch mal seitdem die sind eins, die sind eins die sind eins die sind eins nein das bin ich du Affe aber Hina, uns ist die mich hat eben so ein Wolf angesprungen ne oh Gott das war die alter nicht ja wir haben den Didi verloren oder? ist egal ist egal wie es ist nicht egal ja wo bist du ich bin in wuuuuh die bilden nicht nur weil ich schwarz bin der Kurden Neger stirbt in jedem Spiel gell warum brennt ihr eigentlich zu uns hinterher weil der Didi ist warte wo seid ihr eigentlich? bei welchem Wasserfall äh irgendwelche Wasserspringteilen bei irgendeinem Alter ist mir auch Tassenlampe bist du da? siehst du zwei Leute vor dir? nein wir sind am Zaun das ist ein Trick Vorsicht die kann ich verwandeln das ist die das ist die Riss renn 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 das ist die wow andere Richtung andere Richtung wow das ist noch eine warum sind da zwei? oh shit das eine ist nur ein hm das eine ist nur ein Hologram alter ist das der Neger da vorne? ja das ist der Neger da vorne bist du das? ja sie hat mich sie hat mich scheiße da war ein Wolf hat mich von vorne um angesprungen ich hab mich umgedritten da war sie ich muss mit Chris bleiben denk dran wir brauchen das eine Seite das eine Seite das eine Seite shit 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 da hinten ist er what the hell fucking kidding me worgen weißt ich habe englisch abgewählt äh ich komm sofort wieder wow wow siehst du ja dass du da reinlaufen willst ja ich komm mal kurz mein Internet sterben tun wir sogar so wir sind die letzten zwei die leben sie sind der neue Führer wow 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 die ist hinter mir hör die Sache wow ich sterbe ich sterbe oh mein Gott oh mein Gott komm 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 du bist draußen du bist draußen du bist draußen oh mein Gott oh Gott let's play Starcraft Slenderman und sie ist hinter uns sie ist hinter uns folge mir folge meinen schwarzen Knackarsch ja Gabi ist gut oh shit oh shit oh shit sie will mein sie will an mein Speck sie will an mein Speck sie hat vielleicht mein Speck was darfst du sagen wenn du Tobi bist sie wird an meine Knochen sie wird an meine Knochen sie wird an meine Knochen wow alter sie ist grad voll zwischen uns durch sie ist bewusst dass wir immer nur im Kreis rennen oder du weißt schon dass sie hinter uns ist wow warum hier eigentlich hinter uns weil wir sind die anderen schon tot sie nein nein wieso white screen warte warte ich lass die Aufnahme noch an ich lass die Aufnahme noch an um Hauptflache Alter ich filme so allein ich hab nicht mal ne Taschenlampe der Altraum jedes Wanderers allein ohne Taschenlampe in der Pampa was läuft da was läuft wow alter scheißen Wolf alter wow Alter du weißt schon dass die der Wolf ist auf die Weise ist ja die die gestorben da liegt was da liegt was was ist das was ist das sie jetzt ne Plume alter ich schreie es ich bin nicht glaub ich mal vorbeierlarven ja du darfst du mit der Taschenlampe rum ich hab keine Taschenlampe check das doch doch du brauchst bei mir eine Taschenlampe an ach bei mir aber nicht oder das Tesseländer das ist komplett das ist komplett okay ich sehe gar nix oh 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 Fuck You'd lose So, äh, Leute Das war unser Gameplay von Let's Play Slenderman in StarCraft 2 Ähm, ich hab das heute euch gefallen Obwohl wir verloren haben Hat es eigentlich relativ viel Spaß gemacht Und wir hatten etwas zu lachen Auch noch ein paar letzte Worte Ja, ich würde sagen Wenn's euch gefallen hat Liken, abonnieren und wie immer Kommentieren, damit wir auch Wissen, was wir besser machen sollen Oder anders machen sollen Und so, dann bin ich mal raus So, ciao, bis zum nächsten Mal